Bin ich hier richtig? Oh. Ah. Probi 2.0. Hallo. Hallo. Hey. Kann ich mir dein Registry angucken? Probi. Hier hat Probi gesagt. Wir sind uns doch sehr ähnlich. Oh. Hier ist noch jemand. Der hat es nicht bis ins Kraftfeld geschafft. Tut mir leid. Aber wenn hier ein Loch im Kraftfeld ist, dann haben es dann die Fliegen nicht auch durch dieses Loch geschafft. Vielleicht. Ich weiß nicht wie intelligent die sind, wenn man hier Intelligenz als Messwert anlegen kann. Die Probe hat jetzt nicht gesteckt. Woher soll ich das wissen? Ich sage das folgen. Wenn dieser Transporter tatsächlich läuft, es macht keinen Sinn, dass die Container rauskommt und sie mit ihr. Ihr solltet das ganze Transport. Ihr solltet die Fliegen in großartig und ein potenziell means von Transport, der kann fliegen über Terrain inaccessible zu dem Rover. Aber bevor du wegst, musst du das Flugzeug runternehmen. Also erst die Energo-Bot. Die Fliegen aus dem Flugzeug, dann Transporter. Departung. Alles klar? Alles gut und klar, als der Schuhe blöd ist. Nur wartet, dass Dinge nachher gehen. Ich meine ja, wir müssen hier weg, aber... Ist die Probe noch mit dir? Ja, es ist hier. Ist es so eine gute Idee, das Kraftfeld abzuschalten? Ich meine, das ist aus einem Grund da. Ich sehe hier jetzt keine Fliegen, aber ich weiß auch nicht, wie... sichtbar die sind. Ich habe irgendwie ein sehr ungutes Gefühl, das war das Kraftfeld abzuschalten. Ich habe irgendwie ein sehr ungutes Gefühl, Anke. Anke war auch in dem Radio Ding. Ich habe... Es ging ja alles so schnell, da waren so viele Informationen drin, ich habe mir jetzt leider nicht merken können, wer jetzt irgendwie was für einen Job hatte. Ich weiß nur, da war der Doktor, der diesen Bericht da ging. Oh. Er hat seinen Handschuhe und seine Schuhe und seinen Helm ausgezogen und ist da nicht auf dem Boden gestorben? Er ist so, wie ich dachte. Die Geräte ist noch aktive, aber... ... ... ... ... ... ... ... Es gibt einen Schiff in der Haut. Es ist schwer, sich zu den Angriffen zu verhalten. Es ist mehr als das. Ich bin zu verstehen, die Gefahr, die sie in ihren letzten Momenten fühlen. Sie wurden für sich selbst verletzt, aber nicht so zu tun. Dieser Mann, er hat sogar acht Teil seiner Stütze versucht, zu überleben. ich nehme an was die umgebracht hat war halt dann die elektromagnetische strahlung warum kann ich hier rein? warum will ich hier rein? ich mein cool, aber... warum kann man hier rein? ich mag das geräusch nicht ich mag dieses geräusch gerade gar nicht das hört sich wie ein fliegen schwamm an das gefällt mir nicht wir haben unser kraftfeld ausgeschaltet wir sind bestimmt im auto ganz sicher da kann uns eigentlich nichts passieren was sieht ganz gut aus all good i hope will this really help our people astrogator it will i'm sure so what off we go jasna what are you wondering about what if we're making a mistake maybe i shouldn't take the flies off regis maybe it's better to leave them alone here where they belong what are you i just worry that we might spread this threat and the tragedy of one planet becomes a tragedy of entire galaxies not to mention all humanity forgive me doctor but that sounds a bit over dramatic nein oh die menschliche hybris ah es ist sowas von keine gute idee wir sollten hier einfach alles in ruhe lassen und uns vom staub vom acker machen und möglichst weit weg rennen einfach und alles hier nix anfassen nix mitnehmen und einfach gehen es kann nicht gut enden wir haben hier irgendwie irgendwie irgendeine plage die leute und maschinen tötet und frisst und der will das mitnehmen ich möchte ich verstehe den drang sachen erforschen und untersuchen zu wollen aber nein lass es einfach da krieg ich bitte eine wahl ist einfach da zu lassen und einfach weg zu rennen will er nichts will das nicht mitnehmen dass wir unseren leuten damit etwas schlechtes antun dem ganzen universum ist höher als dass wir irgendwas gutes machen Wow. Äh, wot? Wot? I love! I can see it from fucking orbit! What are you waiting for? Get out of there! Oh, fuck. Oh, gosh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Over and over again. No wonder we finally ran out of luck. Too much of this damn curiosity. Who needs to know what might kill us? We're getting killed anyway. By people. Anti-Matic Hammers. To us. World wiped out. I don't know if I should interrupt your speech, sir. It is quite interesting to listen to. Yes, sir. This is too much. I must say how many times already. It's not like I'm looking for problems where there aren't any. The task is extremely difficult. Yes, it is. At least we aren't the truth about this planet. And the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure our people. If anyone from the Alliance survived, And they already started their research into a cure. I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base. And I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Jasnah. You mean it flew away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's a ladder. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. Yeah. Alter Schwede. We have also as a first time, as we here on the planet came, we saw these things already. And they have us verwirrt. And we are awake, where we, I don't know, where we were. Now is it quasi again. It irritates me, that I can't look at it. I can't look at it. I can't look at it anyway. And now is it again. We are just umfallen. But the things have us irgendwie in Ruhe lassen. Or at least we are not dead. What is on us different than on all the others? Why do we survive this here every time, except that we are the protagonist? Why does the Antimax not gemeuchle? Why does the Probe for us set up? Why do we die Fliegendinger not kill? What's going on here? We're lucky. It's hanging from a cliff close to the ground. Can you get to it? Unhook it? Maybe that won't be necessary. Oh shit. Somebody's here. If all you're seeing is dots on the tracker. No. I can see them with my own eyes. Two of them even. Two people. Alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Are you sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit. A green one. The other one... I don't know. You look different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor. Oh, just a moment ago my consciousness was over the ocean. I saw a big black cloud that appeared out of nowhere which I then forgot. And now these ghosts. Yeah. That's what I'm talking about. The sight of them was so... vivid. Just for a moment. I've been looking for someone for so long. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras we might get some answers. You don't have to convince me Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. How are you feeling? Let me just say this. Literally everything hurts. I don't know where frustration ends and a confused lung begins. But at least... Yes. I'm alive. I'd like to ask him how it's going to happen. You know what, sir? It was these flies from the very beginning. What do you mean? My accident, for example. It's true, I hurt myself badly back then. Damaged the radio. But that's not why I lost my memory. Soon after, flies flew from the bushes. Right. There were bushes there too. They subjected me to an electromagnetic field. Moreover, I believe the same thing happened to our people in the camp. to the anti-mat in those tunnels. And to the whole convoy? Yes. We had just a bit of a maceous and a few hallucinations. But the others are all dead. Oh, Roby kommt uns abholen. Wie süß. Der Astrogator tut mir aber auch leid, ich meine, der muss sich die ganze Zeit das alles nur anhören, der kann nicht eingreifen, der wird doch wahnsinnig. Ein Wunder, dass der sich die Schuld irgendwann an allem gibt. Ich meine, das ist auch ein bisschen seine Schuld. Aber ich würde auch ungern in seinen Schuhen stecken wollen. In meinen eigentlich auch nicht. Hey, Roby. Lass uns einen Ausflug machen. Wir hätten hier schon ein paar Schilder aufstellen können, wenigstens. Das war hier rechts irgendwo, glaube ich, ne? Vielleicht gehen wir jetzt ja dann anschließend irgendwie noch zu dieser Grabungsstelle B. Vielleicht sind da ja noch irgendwelche Leute. Auch wenn ich nicht so wirklich dran glaube. Ja, genau. Wir sind schon sowas von irre, ne? Oh Mann. Wir sind alle schon so durch. Aber wen wundert's. Jo, sieht ziemlich abgestürzt aus. Ich sehe keine Menschen mehr. Da bin ich ja mal gespannt. Da ist er gestartet, nehme ich an. Hm, Roboter. Leute. Warum auch immer. Das ist so schlecht zu erkennen, was auf diesem Bild drauf ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwelche Sanddünen wahrscheinlich. Das Wasser. Vielleicht ist der eigenes Los. Und da hat er jetzt auch wieder irgendwelche Vielfunktionen. Die elektromagnetische Strahlung ging auch hoch. Hmm. Hmm. Weiß nicht. Ja, und da war dann alles leer. Und irgendwo sind bestimmt wieder wir drauf. Und es ist wieder leer. Again. 2 Uhr in der Nachmittag. Ich war auf der Konvoi. Wir werden nicht mehr finden. Oh. 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 Ich habe ja an mir selber gezweifelt. Kein Stress. Oh. 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 Ich gebe dich zum Unterschlupf der Allianz. ich bin sehr gespannt ob es tatsächlich jemanden treffen und wie das verläuft wenn ja sehr gespannt oder 2 space even warum insist on seeking them out because i also believe in human goodness the selfless desire to help others i can't believe otherwise all my efforts would be meaningless so zerstörerische menschen auch sind wir sind halt auch irdentiere eigentlich ok ich bin ja auch neugierig so ist jetzt jungen gelandet ne die schwebt hier kann ich die mit dem control center irgendwie zum landen bringen was das hier ne i could have spent countless days in this base and still not discovered their hideout and it's right above my head all i needed to do was look up so this means there's a view of the entire base from up there ok die sind da oben ich will aber gucken ob ich mir die probe angucken kann ich dachte das war jetzt das was wir hier machen sollten oder nicht bin ich jetzt falsch informiert die sind hier nochmal irgendwo rein nicht das kontroll ding das hat nur auch so nen deckel da gehts jedenfalls rein ja das ist nicht der kontrollraum das das der kontrollraum hier kann ich jetzt zum land bringen das ist die hier nee das ist die hier nee das war die die wir gelandet hatten die vielleicht weil die doch so ein schlechtes bild hatte oder kann ich die benutzen um mir den unterschlupf anzugucken nice also wir gehen ja da persönlich hin das hat mir auch ein achievement gegeben zwei verschiedene sonden zu steuern und zu zu landen sehr witzig so wo haben wir die jetzt gelandet da 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 was hast du denn zu erzählen ja jäte menge leute die büscher in dieser schlucht Da haben die die Sachen aus dem Loch rausgeholt. Da sind wir weggefahren, hektisch. Und da sitze ich rum. Da habe ich mir den Ballon angeguckt. Und da sind wir weggefahren. Ja, die Probe hat alles gesehen. Hat uns jetzt nicht so viel Neues erzählt. Aber nett zu wissen, nehme ich mal an. Ich bin auch schon gespannt drauf, wie am Ende der Aufnahme wieder die neuen Aktualisierungen im Comic durchzugucken. Das mache ich, glaube ich, einfach immer, wenn ich die Aufnahme beende. Dann gucke ich da vorher nochmal rein und lese euch das vor. Könnt ihr ja dann auch skippen, wenn es euch nicht interessiert. Aber ich finde es irgendwie spannend. Und ich finde den Style auch irgendwie cool. Ich kann nicht genau den Finger drauflegen, woran mich der Style erinnert. Aber irgendwie kennt man diesen Comic-Style. Irgendwie habe ich sowas ähnliche Sachen schon mal gesehen. Ah. Da müssen wir zu Fuß hin. Schade. Fahr so gerne mit dem Robo. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden tue. Treffen oder nicht, wäre eine fieste Stelle für den Klipphänger. Ich habe zu klammern, ohne Safety-Equipment. Das ist nicht mehr zu sehen. Keine alternative Route. Das Weg scheint, der einzige. So hoch ist das jetzt auch nicht. Das sind irgendwie drei Meter oder so. Das kriegen wir hin. Alles klar. Alles klar. Untertitelung des ZDF, 2020